Würdest du bitte nach rechts ausweichen, danke. Warum eigentlich... Nein! Nein, Fragezeichen. Oh, oh, oh! Nein! Mein Eck ist abgehoben. Hab ich's nicht getroffen? Komm, Salo, auch noch. Hab ich's nicht getroffen? Alter, ich hab'n Hunderter. Nicht dein Ernst. Bei mir hab ich überhaupt gar keine Beschädigung. Ich hab'n Hunderter. Das muss ich jetzt mal gucken. WTF? Ich guck, ich seh' das jetzt gerade. WTF? Das hab' ich nicht wirklich verstanden, Jens. Weil das war ja so, als hab' ich von links in die Seite gefahren. Ja, ich war ja schon an dir vorbei. In dem Moment. Muss ich mal gucken, wieviel ich verloren hab. Aufschätzen wir zwei, drei Minuten oder so.